Hallihallo meine Lieben, es gibt etwas Neues aus dem Hause babyartikel.de und zwar hat mir die Firma Big etwas zukommen lassen. Die Firma Big kennen wir alle, Bobica und Co. Das Lieblingsstück der Kinder sozusagen. Ja und heute, ich habe Besuch hier und ich habe gerade an der Tür gequingelt und ich habe ein Päckchen bekommen und da ist ein Sandkasten drin. Und zwar der Vario von der Marke Big und den baue ich heute mit euch gemeinsam auf, damit die Kids gleich direkt reingehen können. So, wir haben ein Sandkastenvlies zunächst ausgedicht. Das ist wichtig, damit auch der Boden geschützt bleibt, also der Rasen. Und ich habe jetzt hier schon mal die Teile aneinander geklickt. Das geht ganz einfach. Zusammenlegen und klick. Ja, in allen vier Ecken muss Liebe drinstecken. So und jetzt kommen noch die Befestigungsteile drauf. Das sind die Befestigungsteile, damit fixiere ich die jeweiligen Ecken. So, zusammengeklickt und aufgebaut. Jetzt drehen wir es einfach um und beladen es mit Sand. Wir legen jetzt das Vlies oben drauf, damit wir gleich befüllen können. Ja, im Mieferumfang ist jetzt noch eine Abdeckplane enthalten. Das Vlies muss man sich natürlich selber holen und natürlich auch das Spielsand. Das bekommt ihr aber ganz günstig im Baumarkt. Also ich habe jetzt extra Hochwertiges genommen. Das ist keimfrei und zweimal gewaschen und ist auch abweisend gegen Hunde und Katzen. Vor allem wichtig, wenn man auch Hunde im Haushalt hat oder andere Haustiere. Ansonsten kostet es 25 Kilo. Kostet irgendwie so 2 Euro. Und für die Höhe von 18 Zentimetern, wie das hier beim Vario der Fall ist, brauche ich auf jeden Fall mindestens 4 bis 5 Säcke. So, fangen wir mal an. Natürlich darf eine Abdeckung nicht fehlen. Die ist hier. Und wenn es dann regnet oder man hat Haustiere zu Hause, dann legt man einfach diese Abdeckung drüber, hat Gummizug und dann hält das Ganze. Wunderbar. Hier sind sogar noch Markierungen drin. Wenn man nicht weiß, wie es geht, das ist aber ganz einfach. Drüberziehen und fertig. Der Sandkasten steht. Vielen Dank Firma Big für die Zustellung und natürlich auch an babyartikel.de. Ich finde diesen Sandkasten ganz toll. Er ist nicht zu groß. Er passt in jeden Garten. Und er hat sogar noch 4 Sitzfächer. Das heißt, man kann sich sogar noch selber mit reinsetzen. Oder die Kinder können sich an 4 Ecken da hinsetzen. Und es macht auf jeden Fall richtig Spaß. Er ist vor allem sehr wetterbeständig. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank und wir gehen jetzt mal eine Runde spielen.